Musik Hey, ich bin Antonia. Wir zeigen euch heute unsere Schule. Hier bei uns gibt es nicht nur Mathe, Deutsch und Englisch zu entdecken. Hast du zum Beispiel schon mal etwas von einem Profilfach gehört? Eines der Profilfächer ist Kunst. Hier kannst du in verschiedenen Bereichen kreativ werden. Ich bin übrigens Tim. Als zweites Profilfach stelle ich dir Informatik, Mathematik und Physik vor. Musik Hier erlebst du die digitale Welt und lernst Programmieren. Naturwissenschaft und Technik ist das letzte Profilfach. Außerdem ist Technik eines der drei Wahlpflichtfächer. Hier planst und fertigst du deine eigenen Werkstücke. Musik Übrigens baust du in Stufe 5 dein eigenes Lärmbüro. Musik Das Lärmbüro ist dein persönlicher Arbeitsplatz. Musik In diesem Fach geht es nicht nur um Sprache, sondern auch um Kultur. Musik Oder hast du mehr Lust auf textile Gestaltung, Nahrungszubereitung und Themen aus dem Alltag wie Konsum oder Nachhaltigkeit? Dann wähle Alltagskultur, Ernährung und Soziales. Musik Musik Zudem kannst du in Naturwissenschaften experimentieren und physikalische und chemische Phänomene erleben. Musik Unser Ganztag bietet dir Angebote aus Musik, Sport und Kunst. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.